Wie fühlt ihr euch? Leer. Er war ein Teil von mir. So wie der Altvater. Aber jetzt sind die Shaikan frei von seinem Fluch. Keine Verräter mehr. Ich kann euch nicht verzeihen. Aber ich erkenne, dass ihr eure Ehre geopfert habt, um das zu tun, was getan werden musste. Ihr habt das größte Opfer vollbracht, welches ein Krieger bringen kann. Und dafür neige ich das Haupt vor euch. Welches Recht hätte ich auch, über euch zu richten? Ich habe das Erbe meines Vaters entehrt. Nur wenn ihr jetzt aufgeht. Zurück mit euch. Der Pakt kann nicht mehr aufgehoben werden. Ihr konntet den Kampf eures Vaters nicht gewinnen. Aber ihr tragt das Siegel. Und damit sein Erbe der Herrschaft. Gebt den Norkain wieder Einigkeit. Die Schatten werden euch unterstützen. Werdet ihr mich begleiten, Shaikan? Nein. Ich muss einen Drachen finden, auch wenn es mich bis ans Ende der Welt trägt. Dann möge Noors Licht unser beider Wege bescheinen. Blut meines Blutes. Ich muss einen Drachen finden, auch wenn es dich ist. Untertitelung des ZDF, 2020